Musik Schau mal was ich gefunden habe Guck, die wollen TikTok abschaffen Nein, das sind doch Fake News, das sagen sogar die Kommentare Fake News, was ist denn das? Gute Frage Von Fake News gibt es drei Versionen Eine davon ist die Desinformation Dies sind falsche Informationen, die absichtlich in Umlauf gebracht wurden Um Menschen zu täuschen oder Schaden anzurichten Dazu zählen zum Beispiel Lügen und Gerüchte Verkürzte Zitate und fehlerhafte Statistiken Oder Photoshop-Fakes sowie Deepfakes Die zweite Version ist die Fehlinformation Worin die falschen Informationen unabsichtlich verbreitet wurden Diese könnten journalistische Fehler sein Falsche Interpretationen oder auch reißerische Überschriften Die letzte Version ist die Malinformation Dazu treffen Informationen, die genau dafür veröffentlicht wurden Um Schaden anzurichten Das sind zum Beispiel Leaks Aus dem Kontext genommene Fotos oder Fakten Die Hass oder Angst schüren sollen Aber Emma, warum werden Fake News denn überhaupt erstellt? Sind Fake News nicht etwas Schlechtes? Fake News werden oftmals erstellt, um Angst und Hass zu verbreiten Um Aufrufe auf Social Media zu bekommen Um politisch zu manipulieren Oder nur für den Spaß? Okay, das verstehe ich nun Aber wie erkennt man überhaupt Fake News? Und was kann ich dagegen tun? Um Fake News zu erkennen, solltest du erstmals die Quelle überprüfen Und dann die Fakten checken Da es möglich sein kann, dass Informationen gewollt oder ungewollt verändert wurden Dies kannst du machen, indem du die Informationen von den Fake News Mit den Informationen von anderen Webseiten vergleichst Um zu verhindern, dass mehr Leute die Fake News sehen Kannst du die Fake News melden Am besten sagst du deinen Freunden, dass sie es auch melden sollen So werden die Fake News nämlich schneller entfernt Jedoch können Fake News auch für Studien genutzt werden Du hast doch sicher schon von der Information gehört Dass man ca. 8 Spinnen pro Jahr im Schlaf verschluckt Dies war aber nur eine Lüge von Wissenschaftlern Die zeigen wollte, wie schnell sich Fake News eigentlich verbreiten Also um das jetzt nochmal zusammenzufassen Fake News sind Informationen in der Form von Bildern, Videos oder Texten Bei denen gewollt oder ungewollt Infos geändert wurden Sie werden z.B. auf Social Media Plattformen wie Instagram, TikTok oder Twitter gepostet Um gegen sie vorzugehen, kann man sie prüfen und anschließend melden Da werden sie schon einenใหzen, der kleine Kartoffel Das war einfach schon mal von motors und ostensiert Und zwar nicht in dem aus dem letzten Jahr Die sangre sind verschluckt, wie viele Leute die Schl Hallelujah und sie werden von ihnen nicht in der Suche Die KNOW-Tag-Tag-Tag-Tag- Portal